... ... ... Nein! Oh, fuck! Fuck! Du blöder Huch! Nee! Warum? Ich hab keinen Bock mehr auf dieses Castle! Was? Was? Ich hab gedacht, da kann man reinspringen! Nein! Nein! Ach, Mann! In der eigentlichen Aufnahme hab ich's genauso gemacht, nur ich bin halt nicht gestorben. Nein, bitte nicht! Bitte nicht! Als ob, nur weil ich die dritte Sache heute nicht gefunden hab! Moin Leute und herzlich willkommen zu meinem allerersten Let's Play Projekt auf meinem Kanal Nintobi. Ja, wir zocken einen Klassiker für Nintendo Wii, den es seit neun Jahren gibt. Und, das nennt sich New Super Marvelous Wii. In der Tat! Und, das erste Mal, ja, okay, moin! Einen Bug rausgefunden, sort mal! Wie geil! Ja, Alter! Was soll ich denn machen wie Fernbedienung? Und wir können uns dann gut retten! Oder auch nicht! Weil Mario nicht springt, obwohl ich zwei gedrückt hab! Alter, was ist das? Ich hasse diesen... What? What? What the fuck? Was soll der Quatsch? Huh? Ja, moin! Nein! Das war grad Multikill! Multikill! Kill! Ich blink... Blink ich überhaupt? Ja, genau! Der Secret Deckt! Boah! War das ne Reaction? Holy Shit! Holy Shit! Holy Shit! Lel! Scheiße! Das geht gar nicht ohne! Oder doch! Lol! Holy Shit! Alter, das war jetzt... Boah! Lel! What? Hallo! Habt ihr den Bug gesehen? Alter, ich war... Wurde einfach komplett drunter geglitscht! Lol! Ich leb noch! Das kommt gleich wieder an Eisbruder, genau! Schnafen! Boah! Nicht so genüssig... Ist das dein Ernst? Ist das dein scheiß Ernst, Mann?! Nein! 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 Ich brauche den Pinguin, gell! Oh, brauche ich nicht! Nein! Nein! Du scheiß Feuerbruder! Ich hasse dich so! Schütz mich! Nein! Ist da oben vielleicht was? Nein! Oh, fuck! Ich wusste, dass ich jetzt noch sterbe! Jetzt hab ich einfach drei gegen... Jetzt hab ich einfach drei Treffer von so einem dummen Feuerbruder kastiert! Ich glaub's nicht! Haha! Und dann haben wir's geschafft! Oder... Oh nein! Oh nein! Puh! Oh Gott! Hat das geil! Haha! Komm, ist das hier direkt das Ziel, oder? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Jetzt beeilen wir uns! Was?! Was?! Ich hab gedacht, da kann man reinspringen! Och... Ach kacke, jetzt bin ich doch eicht gestorben... MAYN! Das ist doch unnötig! Bo thinking. Ah ne! Ich war aufm Kopf! Ich war aufm Kopf! Die Sch Subst. Warum?! Schon lang getroffen! was du blöde warum ich hab keinen bock mehr auf dieses castle nein das checkpoint da ist der checkpoint das macht Mario gerne bei mir hab ich es gesagt nein alter häng mich da dran das kam jetzt schon eine Weile nicht mehr und ich hab es auch schon eine Weile nicht mehr aufgenommen das war natürlich wieder perfekt jetzt bin ich tot oh mein Gott du Blöderfisch komm her komm her eins gegen eins der hat gewonnen der ist nämlich irgendwo hier WTF was war das ach das ist kein noch besser was war das wir können immer noch Yoshi opfern what so war das nicht gemeint in der tat man jetzt muss ich natürlich auch noch schaffen um wieder hin zu kommen das ist natürlich auch so ein Ding nein ach man ich bin in der eigentlichen Aufnahme habe ich es genauso gemacht nur ich bin halt nicht gestorben blöd nein blöd behindert mich oh mein Gott ich glaube die kommt jetzt hier unten oh fuck ich leb noch what wie ist das möglich klar nein nein Nein, mir komme ich jetzt weg. Ich komme nicht weg. Ich komme nicht weg. Fuck. Fuck. Ich habe Angst. Nein, verbiss dich. Nein. Leck mich. Leck mich. Oh. So, durch. Oh nein. Oh nein. Nein. Oh, das wird übel. Nein, 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 nein. Oh. Ja, okay, ich lasse mich treffen. Oh nein, oh nein. Nein, 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 nein. Oh. Mein. Gott. Okay. Oh, Alter. Ja, das könnte jetzt echt sein, dass ich tot bin. Ähm. Ich will doch nur hinter mich kriegen. Ich will doch... Oh, nein. Wo kommt der jetzt her? Wo kam der jetzt her? Wo kam der her? Das sind überall diese Krebskugeln. What? Wie hab ich das gemacht? It's over. Banane! Oh. Oh. Okay. Okay. Ja, das geht nicht. Das geht nicht, jetzt bin ich auch noch tot. Ja, ja, ja. Was? Er ist nicht gesprungen. What the fuck? Jetzt bin ich gestorben, weil er nicht gesprungen ist. Alles klar. Nein, 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 nein. Oh Gott. Bowser, was machst du mit mir? Und jetzt? Und jetzt? Ich lebe noch. Ich lebe noch. Chill doch mal ganz kurz. Nein. Fuck, 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 fuck. Fuck, fuck, fuck. Nein, nein, nein. Flieg. Oh. Man kann Wandschirm machen. Man kann Wandschirm machen. Ich rette mich. Ich rette mich. Nein. Multikill. So, ob ich tatsächlich noch sterbe. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Als ob. Es ist nur, weil ich dieses Redisarco nicht gefunden habe. Und natürlich ist da der Tod. Game over. Leute, 99 Leben, 5 glitzernde Sterne. Wir haben es geschafft. Das war Let's Play Marbrus Wii. Hoffentlich seid ihr beim nächsten Projekt auch dabei. Haut rein. Noch einen schönen Tag. Dein Tobi. Mir hat es gefallen. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018